Ich möchte mal kurz beschreiben, was wir da hinzukriegen. Und zwar aus elektroakustisch minimalisierten Geräuschen von Alltagsfundstücken sind durch Überlagerungen lange Klangbänder entstanden, die von der Wiederkehr desgleichen ebenso erzählen wie von komplexen Rasterstörungen. Herkunft der Geräusche, das sich unablässige Drehen einer historischen Wäschemangel. Ja, das ist die. Das sind Plastikflaschen, dazwischen gequetscht. Also das ist ja Astrid Röckens politische Botschaft. Jetzt geht mir die Stimme weg. Politische Botschaft und das Urgeräusch, woraus dann die folgenden Minuten, die aus den Boxen kommen, sich ergeben haben, sind das. Die in der Rausche. Vielleicht nochmal durchdrucken, wenn wir wissen, geht es noch nicht. Man kann auch hier vorbei, wo sich da ein bisschen drücken. Vielleicht die Entsündung so ein bisschen, macht man auch rechts drücken und dann hier quasi durch. Ja, und die Kamera geht noch, oder? Ja, das geht. Das ist ja ein Zustrom. Ja, das ist durch Deutsch. Ja, das ist durch Deutsch. Ja, das ist durch Deutsch. Oder wenn man nicht, wo auch noch das geht. Penko, jetzt kannst du langsam ereinfalten. Ja, das ist für Deutsch. Ja, das istgirlılar. Ja, das ist praktisch. Ja, dasila geht. Ja, das ist mir seitdem hast. Und das ist für Deutsch. criat. Du? Und das ist für Deutsch. Ich mache Technik. Das llevstrahlt. Nicht nach, was nicht Spaß? Nichts apar. Nein. gehört. cal weiter. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ......